Rami ist ein offenes Keramikstudio am Volkertmarkt im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Wir haben einen Shop, wo man Keramik von unterschiedlichen Künstlerinnen kaufen kann. Dann haben wir natürlich auch ein großes Kursangebot. Keramik ist total vielfältig und man kann so viele unterschiedliche Sachen damit machen. Zum einen haben wir das Drehen an der Scheibe. Da kann man sowohl Intensivkurse an einem Wochenende einfach mal reinschnuppern. Aber es gibt auch die achtwöchigen Kurse, wo man einmal die Woche ins Rami kommt und dann wirklich richtig sich da einarbeiten kann. Nachdem man die Form der Keramik gestaltet hat, kann man bei uns auch glasieren und wir kümmern uns danach natürlich ums Brennen. In unseren Brennöfen brennen wir sowohl die Sachen, die im Rami gemacht worden sind, aber auch die Sachen, die von Leuten extern im Rami gemacht wurden. Wenn man schon einen Kurs bei uns gemacht hat, kann man einfach bei uns vorbeikommen und das offene Studio nutzen. Wir nennen das das Co-Making. Man mietet sich entweder fünf oder zehn Stunden ein oder nutzt flexible Stunden, um an seiner eigenen Keramik zu arbeiten. Kate, Theresa und ich haben das Rami gemeinsam gegründet und es war uns von Anfang an total wichtig, eine Art Gemeinschaft in Wien für Keramik zu gründen. Es ist total familiär im Rami und es ist irgendwie, wie wenn man nach Hause kommt und ein paar Freunde besucht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.